Im DFB-Pokal, da geht's für den Klub, da geht's für unseren 1. FC Nürnberg. Leider nicht mehr weiter, es war ein, ja trotzdem bitteres Ausscheiden. Gegen RB Leipzig, am Ende natürlich völlig verdient. Die Art und Weise, wie das zustande kam, war bitter, Freunde. Ich glaube, das können wir festhalten. Aber wir haben natürlich in dieser Saison noch ganz großartige, tolle Ziele, die wir erreichen wollen und die beziehen sich natürlich auf die 2. Fußball-Bundesliga. Und damit willkommen zu der neuen Folge hier im wunderbar fränkischen YouTube-Projekt mit dem Klub, mit dem besten Verein der Welt. Da werdet ihr mir da draußen bestimmt zustimmen. Oder auch nicht. Und wir starten da heute rein, Freunde. Ich hab's gerade im Intro so ein bisschen angesprochen. Hier habt ihr's nochmal. Weiß auf hellblau, wie man so schön sagt. Ein 0 zu 3 im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Red Bull Leipzig, Freunde der Sonne. Es hat am Ende nicht sollen sein. Die rote Karte nach 44 Minuten von Dailan Duman, die hat natürlich vieles durcheinandergebracht. Wer weiß, ob wir ansonsten weitergekommen wären. Die Chancen wären natürlich trotzdem relativ gering gewesen. Aber zumindest besser als so. 53. Scheschko, 74. Henrich, 80. Scheschko und dann war der Deckel letztendlich drauf. Das werden aber, glaube ich, auch die letzten Morde sein zu der diesjährigen DFB-Pokal-Reise. Denn, wie angesprochen, es stehen wichtige Spiele an. Der Februar hat's in sich. Mit einer Heimpartie gegen den KSC auswärts in Düsseldorf. Zu Hause gegen Elversberg. Und dann auswärts in der Hauptstadt. Dann geht's in dem Olympiastadion gegen die Hertha. Mal gucken, was da möglich ist. In dem Sinn, wenn's euch heute wieder gefällt, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr sind wollt, lasst ein Abo, dann verpasst nix. Checkt gerne die Links in der Videobeschreibung. Schaut auf Twitch vorbei. Holt euch den FM, wenn noch nicht geschehen. Vielen lieben Dank für den Support. So, und wir haben tatsächlich eine relativ kurze Woche. Das hab ich im letzten Part ja auch schon angesprochen. Durch die englische Woche rund um das Thema Leipzig und rund um das Thema DFB-Pokal haben wir da nicht allzu lang Zeit. Und ich war auch ein wenig am überlegen, in welche Richtung wir gehen sollen. Und ich glaub, wir werden an diesem einen Freitag, nicht am Freitag, sondern an diesem Trainingstag, den wir haben, so ein bisschen eher in Richtung Pressing, dann Ballbesitzsicherung und als große Einheit die Defensive nehmen. Damit wir da ein bisschen besser gewappnet sind. Und im Idealfall zu Hause gegen den KSC dann potenziell eventuell sogar wieder zu Null spielen. Da können wir gemeinsam auch mal ganz kurz reinschauen. Würde mich jetzt zumindest mal interessieren. Die bisherigen Heimspiele, Testspiele, da können wir natürlich auch noch mal gerne rausnehmen. Da habt ihr es. Also es gab gegen Pauli das 0-2 und gegen Köln. Ansonsten ungeschlagen. Kiel 3-0 besiegt, Paderborn 2-2, Duisburg besiegt, Schalke besiegt, Hertha besiegt, Düsseldorf, Magdeburg, Unentschieden und Braunschweig besiegt. Ja, ich glaub, das sieht soweit ganz vernünftig aus, oder? Wir können auch noch mal gemeinsam einen Blick reinwerfen in eine potenzielle Heimtabelle. Da sind wir auf Rang 5. Ja, also die einzigen beiden Mannschaften, die noch ungeschlagen sind, ist die West-Vorstadt und Köln. Alle mittlerweile mit einem Heimsieg. Pauli auf 1, 23 Punkte aus 10 Spielen. Das ist natürlich schon sehr stark. Und wir gucken mal, gibt es irgendwie... Ah ja, guck mal! Die beste Auswärtsmannschaft der Liga, Freunde. 10 Spiele, 6 Siege, 3 Unentschieden, eine Niederlage. 18 zu 9 Tore. 21 Punkte. Da gibt es noch bisher niemanden, der ungeschlagen ist. Die einzigen, die noch keinen Sieg geholt haben, sind Kiel und Osnabrück. Jetzt gucken wir mal, 21 Punkte. 18 zu 9. Und zu Hause haben wir 17 zu 12. Crazy. Wir sind halt wirklich einfach auswärts deutlich besser als daheim. Interessant, 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 Freunde. Gut zu wissen. So, das soweit dazu. Dementsprechend wollen wir jetzt gegen den KSC, gegen die wir ja bis dato auch ungeschlagen sind in dieser Journey. Also nicht, dass das eine Journey ist, aber in dieser Reise aus dem Vorjahr. Da gab es Unentschieden bzw. Siege. Wollen wir heute die nächsten Punkte holen. Ich glaube... Die spielen morgen. Will ich da? Nee, ich mache da nichts, glaube ich. Ich glaube, ich mache da erstmal nichts. Wir werden keine in die zweite Mannschaft reinstecken. Was sagen wir mal? Cesko ist ein großartiges Spiel gemacht. Ich würde ihn nicht eintauschen, weil nicht mal gegen Robert Lewandowski. Cesko, größer, Lewandowski. Laut Nagelsmann. Horn, drei bis vier Tage mit einer Erkältung raus. Jetzt habe ich ihm eine Injektion gegeben, das wollte ich gar nicht. Und dem Handwerker, Oberschenkelprellung. Ähm, okay. Okay. Ist jetzt nicht dramatisch, weil Brown hinten links hinten spielt. Übrigens die Info von euch, die auch kam, eventuell einen Horn und einen Handwerker immer tendenziell vielleicht auch ein paar Einsatzminuten hinten links zu geben. Weil ja Brown dann durchaus vielleicht in naher Zukunft schon weg sein könnte. Wenn der eventuell wechseln möchte. Ähm, hat sich jetzt hiermit gerade erstmal erübrigt durch die Verletzungen. So, Dresden gewinnt gegen Osnabrück. Und Schalke mit einem 2 zu 0 in Duisburg. Also Schalke schiebt sich zumindest wieder ein bisschen ran, aber großartig mit dem Aufstieg werden die im Normalfall eh nichts zu tun haben. Das ist also relativ entspannt. Lino Kasten werden wir einmal kritisieren. Ich habe auch die Trainingsziele soweit nochmal ein bisschen besser angepasst. Off-Stream sozusagen oder off-Video. Und an der Stelle, was ich auch nochmal ganz gerne sagen wollen würde. Vielen, vielen Dank auch für die netten Kommentare. Also sowohl für die inhaltlichen Kommentare, ja, wie man gemeinsam den Klub erfolgreich machen kann. Aber zuletzt auch, ich glaube in der letzten oder vorletzten Folge, wie sehr ihr euch auf die Folgen freut. Und dass das dann immer, dass man da ganz sehnsüchtig wartet. Ich glaube so oder so ähnlich war der Kommentar. Deswegen danke dafür, freut mich. Freut mich, freut mich, freut mich. Und noch mehr, was heißt noch mehr freuen, aber genauso freuen würde mich jetzt ein Sieg. Unsere U19 gewinnt auf jeden Fall schon mal mit 4 zu 1. Bleibt also ganz vorne mit dabei. Das 4 zu 1 übrigens gegen Heidenheim. Ich habe gerade gegen Hoffenheim gelesen. Ich wollte schon sagen, das wäre dann nicht so verkehrt. Aber das scheint ganz gut zu klappen. Unsere zweite gewinnt gegen Viktoria Aschaffenborg. Der Herr Huhnholz und Jean-René Agajanjan. Wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen gewinnt auch. Das heißt, es könnte das perfekte Club-Wochenende werden. Wenn wir Sandro Schwarz besiegen. Sascha Mockenhaupt. Moment. Uuuuuh. Sascha Mockenhaupt ist nach... Oh Gott. Mocki. Ach nö. Aber gut. Eigentor darf er dann machen. Dovedan trifft. Nikola Dovedan bei Rostock. Trifft gegen die Westforsstadt. Wahnsinn. Und dann trifft noch ein Yannick Müller. Ex-Darmstädter Dresdner Kölner. Die Westforsstadt verliert. Wahnsinn. Paderborn gewinnt gegen die Alte Dame. Regensburg... Regensburg ist ja schon. Düsseldorf gewinnt mit 1 zu 0 gegen Kiel. Und Pauli besiegt Magdeburg. Pauli also stand jetzt bis auf zwei Punkte dran. Das Positive ist, wenn ich euch mal kurz die Tabelle zeige. Mit einem Sieg könnten wir zumindest schon mal auf Platz 2 springen. Die Westforsstadt überholen. Köln spielt zeitgleich gegen Braunschweig. Zu Hause. Das werden sie ja wohl machen. Aber wir könnten zumindest mal wieder Anfang Februar auf einen direkten Aufstiegsplatz springen. So. Handwerker 75 Minuten. Das ist nochmal ganz interessant. Ich glaube fast, dass wir dann tendenziell vielleicht sogar eher einen Handwerker mitnehmen. Ja. Horn muss dann mal komplett außen vor bleiben. Das ist in Ordnung. Dann nehmen wir nochmal Liam Morrison mit als IV-Backup. Sah auf rechts. Handwerker auf links. Oder gehe ich da auch kein Risiko ein? Komm, ich nehme da lieber auch mal einen Weckesser dann mit. Die Benedetto, Ali Luhn, Kancho, Kunuki, Hangbo und Benito Rahman. Pepi weiterhin noch verletzt. Und auch ansonsten, ihr seht das. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Spieler. Leicht oder stärker verletzt. Und ich sage mal, Pepi, Möller-Delhi, Kastrop. Also, drei wirkliche Stammspieler mit Handwerker, mit Horn. Nochmal so zwei Backups. Und ein Franberger und ein Winzheimer, das ist nicht ganz so dramatisch. Also, das ist ordentlich. So, Thailand, du, Mann. Lassen wir ihn von Beginn an spielen? Ich glaube schon. Ich glaube, ich werde allgemein relativ wenig ändern, oder? Ja, wir haben verloren. Ja, die Noten sehen dementsprechend jetzt nicht ganz so gut aus. Aber man darf halt auch nicht vergessen, gegen wen es ging. Okunuki. Wenn überhaupt, wäre die Benedetto nochmal eine Option. Aber ich glaube, ich lasse das. Die Truppe ist soweit eingespielt. Zumindest so gut, die eingespielt werden kann mit den Verletzungen. Das lassen wir erst mal soweit. So, Hinspiel. Könnt ihr euch noch erinnern? Ich kriege es nicht mehr zusammen. Hinspiel war ein 1 zu 1. Mats Möller-Dehli in der 57. Und Bormuth in der 84. Das waren die... Das ist soweit die Ausgangsposition aus dem Hinspiel. Aber das kriegen wir hin, Freunde. So, Pueda fehlt sein Spielpraxis. Das ist uns gleich. Da muss er durch. Das wird er hinkriegen. Und damit gehen wir rein in diese heutige Folge. Damit geht es ans Eingemachte. Gegen Sandro Sport. Sandro Schwarz und den Karlsruher Sportklub Mühlburg. Phoenix. Wahnsinn. Ich habe übrigens gelesen, apropos Phoenix, dass in einer der Regionalligen, dementsprechend höchstwahrscheinlich die Nord, gehe ich mal schwer von aus, Phoenix Lübeck auf einem sehr guten Weg ist, eventuell nach oben zu gehen. Ich glaube in einer Liga mit Hannover 2. Ich habe keine Ahnung, inwieweit die in die 3. Liga aufsteigen wollen. Da ist immer noch die Frage, darf eine Mannschaft, eine zweite Mannschaft in der 3. Liga spielen, während die erste richtige Mannschaft in der 2. Liga spielt. Eigentlich hieß es ja immer nicht wegen direkter Ligen, die aneinander liegen sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dadurch, dass das eine Hoheitsgebiet vom DFB und das andere von der DFL ist, dachte ich, das wäre die einzige Option, wo es geht. Dass eine zweite Mannschaft in der 3. Liga spielen darf und eine erste Mannschaft in der 2. Liga. Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Aber sollten die Hannoveraner da nicht hoch dürfen oder nicht hoch wollen, glaube ich, wäre es Stand jetzt. Außer es hat sich schon wieder was getan. Phoenix Lübeck, vielleicht ein interessanter Verein für den FM24, für ein neues Projekt oder dann für den neuen, für den 25er. Man weiß es nicht, außer die haben jetzt irgendwie eine komische Vergangenheit, komische Akteure und sind allgemein komischer Verein. Dann möchte ich mich hiermit distanzieren, aber dafür kenne ich den Verein zu wenig. So, wir gucken jetzt mal rein, Freunde. Viel gelabert, nichts bei oben gekommen, eine klassische Folge mal wieder von mir. Erste Minute, erste Ecke, aber soweit abgefangen. Wir schielen natürlich mit einem Auge so ein klein wenig in Richtung Köln, Köln-Müngersdorf. Eventuell schafft Braunschweig so eine kleine Überraschung. Sollten wir gewinnen, reicht uns ja bei Köln gegen Braunschweig schon ein Unentschieden und wir wären auf Platz 1. Ich kann euch hier auch nochmal die Tabelle einblinden. Aber erstmal gilt es, unsere Hausaufgaben zu machen. Wie präsentieren wir uns nach dem Pokal aus gegen RB? Bisher präsentieren wir uns, in dem eigentlich nichts passiert. Ich klicke mal auf mehr fordern. Flick sieht die gelbe Karte. Und wir haben höchstwahrscheinlich einen hoffentlich guten Aufbau. Katerbach, Flick, jawohl. Könnte eine gute Chance geben. Chanye Masusun, Thailand. Oh Mann, mit dem Abschluss geht er doch ein Stück vorbei. Übrigens gerade 15.28 Uhr, Aufnahmezeit am Tag, an dem die Folge erscheint. Herrlicher Kaffee. Träumchen. Ganz im Gegensatz zum Spiel, es passiert echt sehr wenig. Köln führt Baumgartl, macht's. Nicht Baumgart, sondern Baumgartl. Wir ermutigen. Finjel, Chanye Masusun. Usun auf Thailand, Duomann direkt durchgesteckt. Julian Kanja vorerst alleine. Usun! Oh, das sind richtige Usun-Aktionen da. Schöner Spielzug. Abschluss leider nicht genau genug und damit weiter in 0-0. Ecke für uns. Katerbach. Flanke kommt rein. Jekel kommt nicht ganz ran. Lebt die Chance noch? Fragezeichen. Nö. FM sagt, nö. Nächste Chance. Wir werden besser. Nathaniel Brown, 10 Minuten. Vor Ende der ersten Halbzeit. Jäke kriegt den nicht gut abgelegt. Nochmal Puerta ganz unten vielleicht. Brown oder oben Katerbach. Sehr gut. Geh ins Dribbling. Ja, 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 ja. Quer, Tor. Quer, Tor. Quer. Kein Tor. Nächster Abschluss. Usun, Bormut, der Torschütze aus dem Hinspiel. Kann die Situation klären, indem er den Ball blockt. Keine kurze Ecke. Diesmal eine Flanke. Kanja kriegt den dann leider nicht aufs lange Eck gezogen. Also es wird, wie gesagt, besser und besser und besser. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, bisher reicht das eigentlich auch noch nicht, dass man sagen kann, man hätte sich ein Tor verdient, wenn man sich so die Chancen anschaut. Jetzt vielleicht. Kanja. Thailand, du, Mann. Auf, Florian Flick. Ganz oben. Puerta. Zieh ab, Junge. Oder nimmt man noch besser. Katerbach mit. Katerbach. Ah! Okay, jetzt drängen wir. Weiß hat ihn. Abgefälscht und irgendwie Kuddelmuddel im Sechzehner. Ich fordere nochmal mehr. Der KSC findet in der Offensive wirklich überhaupt nicht statt. Ein einziger Schuss ins Nirgendwo. Okay, und wir gehen mit dem 0-0 in die Pause. Ich bin stolz auf die bisherige Leistung. IV muss zeigen, wer Favorit ist. Ihr wart nicht so schlecht, könnt noch mehr. Und vorne sind wir unzufrieden mit den Abschlüssen. Keiner, der mega negativ auffällt. Du hast einen Limnios mit einer 6-5. Du, Mann, 6-6. Da könnte man nochmal reagieren. Und einen Braun auch mit einer 6-6. Aber das werden wir erstmal nicht tun. Das Einzige, was ich machen würde... Ah, ne, das haben wir schon drin. Gottes Willen, da muss ich gleich husten. Okay. Rein in die zweite Halbzeit. Flick muss natürlich ein bisschen aufpassen mit der gelben. Das könnte sonst was sein, was Karlsruhe ein wenig mehr in die Partie reinzieht. Sollte Flick fliegen. Und wir hätten schon wieder eine rote Karte. Ich möchte es nicht verschreien. Nach Thailand-Dumanns Akt. Klingt falsch. Aber dann könnte es nochmal eng werden. Ansonsten können im Grunde genommen wir uns heute eigentlich nur selbst schlagen. Wir ermutigen. Minute 52. Einwurf. David Erolt. Nochmal die Möglichkeit. Duljevic. Ex-Dries. Naharis. Duljevic hat die Latte. Okay. Das nutzen wir, wir wechseln. Lemnios raus. Hangbo rein. Thailand-Dumann raus. Di Benedetto rein. Und ich werde auch einen Erik Weckesser bringen. Macht tatsächlich beide auf. Angreifen. Dreifachwechsel. Wechsel nach dem ganz klaren Leistungsprinzip. Also was eine Möglichkeit da für den KSC. Stunde durch. Dass das hier keine leichte Partie wird, war schon klar. Aber jetzt vor allem im zweiten Durchgang ist das dann doch recht dürftig. Köln weiter in 1-0. Bei Darmstadt gegen Elversberg passiert nichts. Und hier passiert auch absolut gar nichts. 20 Minuten vor dem Ende. Chan Usun. Hm. Müssen wir rausnehmen. Ich bringe einen Kanji Okunuki. Wir haben noch zwei. Also wir hätten noch eine Phase danach. Ich könnte einen Rahman vorne in den Sturm stellen. Ich könnte hinten nochmal was tun. Aber ich glaube, ich vertraue erstmal noch Kanja. Potenziell Minute 80. Dann könnten wir auch nochmal einen Rahman reinschmeißen. Oder man stellt irgendwie auf einen Doppelsturm um. Anfeuern. Also das wäre schon so wenig hier. Das muss man ganz ehrlich sagen. Darmstadt führt. Und wir kriegen einen Einwurf. Katabach. Jeckel. Kein Fehler im Aufbau. Noah Katabach. Schöner Ball. Gustavo Puerta. Auf Joe Hangbo. Puerta unten. Ah. Kurz wäre der Weg gegangen hier. Für Weckhesser. Ne, nicht für Weckhesser. Für Katabach. Aufpassen. Vagia. Der Mann kann dribbeln. Immer noch Vagia. Flick super. Aber nochmal Poku. Poku, Poku, Poku. Abgelegt war Nizek. Und der geht Gott sei Dank drüber. Ähm. Wir stellen um. Wir stellen. Um. Und zwar. Boah. Wie machen wir das am besten? Wie machen wir das am besten? Ne. Wir machen das so. Die Benedetto als zurückgezogener Spielmacher. Das kriegt er hin. Puerta daneben als Ballerobernder. Und ich stelle vorne einen zweiten Stürmer rein. Kanja wird zum Knipser. Kanja wird zum Knipser. Benito Raman wird zum Stoßstürmer. Flanken früh schlagen. Ich mache kraftvolle Flanken. Wir spielen definitiv jetzt ein bisschen wilder. Versuchen nochmal Standards rauszuholen. Geordnet. Das Spielaufbau aus der Tiefe nehmen wir raus. Spiel schnell fortsetzen. Und ich gehe hier auch nochmal auf höher. Ich gehe hier auch nochmal auf höher. Den machen wir als kompletter unterstützen. Weckeser machen wir als kompletter auf angreifen. Angreifen. Okay. Wir versuchen es, Freunde. Wir versuchen es. Ist natürlich jetzt auch deutlich mehr Risiko. Das ist klar. Aber wir spielen immer noch gegen den 16. Der 2. Liga. Zweite Halbzeit von denen deutlich besser. Ja, aber kann er nicht sein. Herold mit dem Einwurf. Duljevic. Martenia Hattin gibt die Ecke. Stindl jetzt mit drin. Ja, die können einfach mal einen Lars-Stindl einwechseln. Auch nicht schlecht. Wannicek. Auch der kann gar nicht so schlechte Standards. Habe ich gehört. Aufpassen. Nicht jetzt ein Eckentor. Vorher ist geklärt. Koku. Weg. Fünf Minuten. Ein letztes Mal ermutigen. Gibt es noch die eine Möglichkeit für uns nach dieser Umstellung? Oder kommt der KSC? Oder haben wir hier ein torloses 0-0? Erstmal Karlsruhe mit Hotscha. Der ist auch frisch in der Partie. Hotscha. Kommen wir in den Zweikampf? Nicht so wirklich. Poku mit der Chance. Poku. Weg ist er gut. Wannicek. Martenia Hattin. Freunde. Es war zwar der allererste Schuss aufs Tor für den KSC, aber trotzdem die zweite Halbzeit. Ihr seht es auch anhand des Matchmomentums hier unten. Ähm. Das ist nichts. Vielleicht auch hinten raus ein bisschen platt mag sein, aber das ist vorbei. Und ein 0-0 zu Hause gegen den 16. ist ein bisschen wenig. Jetzt ist die Frage, was hat Köln gemacht? Der war nicht gut genug. Ja. Ich glaube, das kann man ganz gut mitnehmen. Also wir machen zumindest auf die Westerstadt einen Punkt gut und springen auf Rang 2. Es ist jetzt nichts passiert. Aber auf Pauli damit natürlich auch nur noch drei Punkte. Köln gewinnt, Darmstadt gewinnt. Heißt auch, Darmstadt schiebt hinten nochmal nach. Das macht alles nicht einfacher. Das macht es definitiv nicht leichter. Aber es macht spannender. Und ich weiß, dass ihr Schweine packen da draußen. Ihr steht da drauf, ne? Ihr steht auf sowas. Ihr würdet, wenn ich euch alle da draußen frage und sage, Mensch, wir können hier durchmarschieren. Nur Siege. Keine einzige Niederlage. Kein Unentschieden. Oder wir steigen auf dramatische Art und Weise am letzten Spieltag auf. Ich weiß, wofür ihr euch entscheiden würdet. Ich mich aber auch. So. Das war mal dazu. Heißt, es ist ein 0-0. Es ist ein 0-0. Es ist die zweite Partie in Folge, in der wir nicht treffen. Ist jetzt aber, glaube ich, auch nichts, woraus man schon viel ziehen kann. In Leipzig mit der Art. Das ist in Ordnung. Den KSC. Gut. Müssen wir uns ankreiden. Müssen wir bessere Chancen rausspielen. Aber das können wir jetzt gleich gegen Düsseldorf dann zeigen. Böig. Starker Schneefall bei minus zwei Grad angesagt. Mitte Februar. Und dann geht es zu Hause gegen die Sportvereinigung Elversberg. Das dann in den nächsten Parts. Ich wollte gerade noch irgendwas gucken. Genau. Ich wollte schauen, ob Düsseldorf. Ja. Also Düsseldorf aktuell zehn Punkte weg. Die müssen im Grunde genommen gegen uns gewinnen. Dann wären sie wieder so ein bisschen im Rennen eventuell. Aber das wird sehr schwierig. Also Düsseldorf gehörig unter Druck, wenn die noch irgendwie eine Rolle mitspielen wollen im Aufstiegskampf. Und Freunde, ich würde sagen, das war's soweit von mir für heute. Eine relativ kurze, knackige Folge. Muss ja auch mal sein zwischendurch. Während Germain, die Schalke sind erstes Saisontour erzielt für die Viktoria gegen den TSV 1860 München. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und damit ist es übrigens auch amtlich, dass wir es natürlich nicht geschafft haben. U19 gewinnt, zweite Mannschaft gewinnt. Was macht die erste? Wir spielen 0-0. Typisch Klub. In dem Sinn, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr sehen wollt, Abo da lassen, nichts verpassen. Links in der Videobeschreibung abchecken für den Stream oder den FM. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Mittwoch. Viel Spaß heute Abend bei der Champions League. Und wir sehen uns morgen wieder mit der nächsten Folge oder dann auf Twitch. Macht's gut. Bis dahin. Servus. Servus.